Promi-Geflüster, Folge 736, Wahnsinn, so weit sind wir schon. Und ja, ihr seht, ich habe mich mal wieder ins Trachtenhemd gezwängt. Gezwängt kann man schon sagen, weil ja, über die zwei Jahre, wo es kein Oktoberfest war, hat ein bisschen zugenommen, aber es passt noch, es passt noch. Und hinter mir Marstall-Atmosphäre und das hat auch einen guten Grund. Ich habe mir heute zwei Gäste eingeladen. Oktoberfest 2022 findet statt. Das wurde heute verkündet von Oberbürgermeister Dieter Reiter. Und wie gesagt, zwei Gäste habe ich heute. Zum einen den Gerry vom Vollgasorchester. Hallo, Gerry. Servus, grüß euch. Und dann darf natürlich auch die Tracht nicht fällen. Die gehört zum Oktoberfest natürlich dazu. Und da einen Vertreter natürlich mit Frederik Meissner Tracht. Und natürlich den Frederik Meissner persönlich. Hallo. Servus, grüß euch. Servus. Und natürlich sind wir alle drei zur Stelle. Wie habt ihr jetzt die frohe Botschaft aufgenommen? Fangen wir mal mit Frederik Meissner Tracht. Wenn ich was sagen darf, ich habe es ja schon vermutet, dass Dieter Reiter keine andere Chance mehr hat, nachdem ja Markus, mein Freund Markus Söder, schon darauf hingewiesen hat, dieses Oktoberfest wird stattfinden. Und es blieb ihm heute nichts mehr anderes übrig. Das heißt nichts anderes übrig. Wir sind froh, dass wir wieder das Oktoberfest haben 2022. Und der Gary als Musiker, was sagt er? Ja, ich bin sofort barfuß zur nächsten Wallfahrtskirche gelaufen, natürlich. Das ist ganz klar, weil für uns war das natürlich die beste Nachricht seit langem. Wir freuen uns unglaublich, dass endlich wieder Wiesn sein darf. Das ist ein Thema, was uns lange, lange gefehlt hat. Er hat zwei Jahre ohne Wiesn, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen eigentlich. Und jetzt ist es doch passiert gewesen. Und umso größer ist die Freude, dass jetzt im September dann endlich wieder losgehen darf und kann. Ja, hoffentlich, dass es auch wirklich so alles planmäßig läuft, dass nicht irgendwer doch nochmal einen Strich durch die Rechnung macht. Das wollen wir jetzt alle nicht hoffen. Es sind allen guten Mutes. Wir wollen nicht hoffen, Frank, dass die Zahlen wieder steigen, weil Dieter Reiter natürlich nochmal gemeint hat, falls die Zahlen wieder steigen, Corona-Zahlen, dann könnte es sein, dass das Oktoberfest kurzfristig abgesagt werden kann und soll. Aber das wird nicht. Wir sind auf dem Weg der Besserung. Alles einmal gesund und das ist Hauptsache. Und es wird auch so sein, wenn am 17. September 2022 es wieder heißt, Oh, zapft ist. Und ich hatte auch schon mal das Vergnügen, in einem kleineren Zelt beim Stiftel auch mal anzapfen zu dürfen mit zwei Schlägen. Hat richtig Spaß gemacht. Und das Schöne daran ist bei der jetzigen Entscheidung, dass ohne Begrenzungen die Wiesn stattfinden wird. Sehr schön. Und ein Bild habe ich hier von dir gerade bekommen noch, ganz kurz. Zeigt dich mit dem Markus Söder. Und was ist das für ein Krug? Das ist der Krug, den Markus Söder designt hat für das Oktoberfest damals vor sieben Jahren. Und da hat er mir noch eine schöne Widmung gegeben. Okay, sehr gut. Und der hat einen tollen Ehrenplatz bei dir, dem ich an. Genau. Und ich habe auch noch einen schönen Krug hier. Der ist von unserer Monika Gruber. So, jetzt. Nee, gerade die Richtung. So, stimmt's. Genau. Ja. Jetzt kommen wir. Das ist auch eine schöne Widmung. Mit für Frederik Busse, deine Monika Gruber. Der hat auch mal einen Kugendesign. Der Münchner im Himmel. Der Aloysius. Genau, richtig. Ja, und dann gibt es hier noch ein schönes Foto mit dir und der Bedienungen. Ja, ja, ich bin ja umtriebig. Ich bin ja umtriebig, wie du weißt, Frank. Und da sind die Jungs von der Champagnerbar im Marstall, wo auch der Gary spielt, ausgestattet worden von mir. Und auch im Weinzelt haben die Burm-Meißner-Tach dann. Ja, wunderbar. Also, da habt ihr jetzt schon wieder was gemeinsam. Marstall. Die Sache, genau. Der Gary mit seiner Band, Vollgasorchester, königlich-bayerisches Vollgasorchester. Der Name ist sehr lang. Das muss man wirklich sich immer auf der Zunge zergehen lassen. Aber der Name ist Programm. Genau. Was kann man, oder ab wann kann man euch erleben? Wann seid ihr zustande dann im Marstall? Zum einen nochmal ist der Name Standes gewesen und wenn schon, denn schon. Weil Freibier kann jeder heißen, aber königlich-bayerisches Vollgasorchester, das ist mein Statement. Und genau deswegen sind wir auch so angetreten. Und wir freuen uns sehr, dass wir ab 2022 jetzt wieder und immer noch im Marstall die Abendband sein dürfen und werden jeden Abend ab 18.30 Uhr, wie gewohnt, bis 22.30 Uhr gepflegt, die Hütte abreißen. So ist der Plan. Na, wirst du natürlich auch mal vorbeischauen, Frederik, oder? Ja, unbedingt. Ich meine, der Sigi Able ist ein langjähriger Freund von mir. Wir hatten früher Traubringpferde in München-Bagelfingen beim gleichen Trainer und seit der Zeit kennen wir uns. Und so ist auch die Verbindung entstanden, dass er mich gebeten hat, ja, magst du nicht meine Jungs von der Champagner-Bagel ausstatten mit deiner Frederik-Meißner-Tracht? Eine lange Verbundenheit. Um das Ganze aber dann noch ein bisschen abzurunden, ich weiß ja jetzt nicht, wie das Vollgasorchester ausgestattet ist. Lieber Frederik, ich freue mich ja, dass wir uns einmal kennenlernen jetzt. Und du wolltest doch lieber schon mal eigentlich ein Wiesenband ausstatten, oder? Ja, genau, du solltest mal in der Romfortstraße 37 vorbeikommen bei mir in München. Dann findet man mit Sicherheit, wie sagt man so schön, ein geiles Outfit für euch. Das machen wir. Das machen wir. Ja? Ich halte es dann im Bild und Ton fest dann. Das machen wir dann. Okay. Gibt schon wieder die nächste Geschichte. So ist es, ganz genau. Ja, glaubt ihr, es ist jetzt wirklich ein Oktoberfest, so wie es war, wird es so über die Bühne gehen, auch mit dem allen, mit dem Trachtenumzug und allem drum und dran, so wie es auch ist, oder glaubt ihr, dass das eher weniger ist? Ja, das wird es stattfinden, aber es wird trotzdem für mein Empfinden so eine kleine gedämpfte Stimmung sein, aber wenn die Bom, wie der Geri, gute Musik macht, dann tanzen sie wieder alle auf den Tischen und auf den Stühlen. Das auf alle Fälle, ganz genau. Genau. Ja, und da wird es wieder richtig eingeheizt, ganz genau. Euer Repertoire, was habt ihr so alles dabei von Rock, Pop, Volksmusik, Schlager? Wir haben das Bewährte erhalten und um Neues, Sensationelles ergänzt. Wir haben alles dabei, was man für eine richtig, richtig fette Wiesenparty braucht, das ist ganz klar und heizen vom ersten Ton weg natürlich ein, bis der letzte Gast zufrieden ist und bis das Licht ausgeht, geben wir Vollgas, weil unser Name ist Programm und deswegen hat uns auch der Sigi Able verpflichtet und uns das Vertrauen geschenkt für die nächsten Jahre und wir freuen uns wie die Schnitzel, dass wir da jetzt dabei sein dürfen und die nächsten Jahre bestreiten dürfen. Wunderbar, genau. Und natürlich der Frederik, der, wer jetzt noch keine Tracht hat, jetzt natürlich erst recht wieder in den Trachtenladen zu Frederik Meisner gehen und sich dort entsprechend schon mal ausstatten lassen. Genau. Wo findet man dich nochmal? Sag es nochmal. Der Frank hat meine Nummer, sollte mal weiterreichen und ich habe ja 18 Jahre lang einen Wiesn-Stammtisch gehabt im Weinzelt und bei Goldsaat TV und das war immer, du warst ja auch mal zu Gast, Frank. Großes, genau. War immer eine Riesenstimmung. Ja und ich freue mich auf friedliche Wiesn und dass es wieder endlich so wird, dass man unbeschwert wieder irgendwo hingehen kann, sei es aufs Oktoberfest oder sonst was ohne Beschränkungen. Genau. Also ich denke mal, Corona, das wird man hoffentlich soweit gut im Griff haben. Das andere, wo man natürlich vielleicht alle auch noch ein bisschen Angst haben, ist, was hier unser Freund aus Russland macht. Ob der nicht noch irgendwo durchdreht. Nein, weil wir uns nicht davon abhalten, dass wir hier ein Oktoberfest stattfinden lassen können oder irgendwelche Frühlingsfeste oder Weinfeste oder Waldfeste. Wir müssen weiterleben. Das hilft alles nichts. Wir können uns nicht beeinflussen lassen von so einer aktuellen Situation. Ganz einfach. Alles klar. Das sehe ich ganz genau gleich und ich habe in einem Post heute gepostet auf eine friedliche Wiesn und eine Wiesn im Frieden im besten Falle und im besten Sinne, wenn das gelingt, dass bis dahin vielleicht sich das Ganze wieder ein bisschen beruhigt und wieder so wird, wie es sein soll, dann wäre es natürlich noch umso schöner und umso unbeschwerter könnte man das Ganze dann noch gestalten. Aber ich gebe dem Friedrich völlig recht. Also das Leben muss weitergehen und man darf das Feiern nicht vergessen bei dem ganzen Ernst der Lage, muss das trotzdem auch weiterhin zum Leben gehören. Und was gibt es Schöneres als mit Freunden und mit der ganzen Welt ein friedliches Fest feiern zu dürfen? Eben, absolut. Sehr schön. München, die Weltstadt mit Herz begrüßt wieder die Menschen aus aller Welt am 17. September bis zum 3. Oktober. Wunderbar. Ich freue mich drauf und freue mich natürlich auch, euch dann mal wieder live in Natura zu sehen, dass wir da auch mal wieder ein gemeinsames Bierchen sozusagen heben können, anstoßen können. Trinkst du mehrere Bierchen, Frank? Kleine Bierchen. Nein, bei uns im Vasen gibt es kleine Bierchen sogar. Ihr habt ja gleich die großen Krug da, ne? Das ist der kleine, die haben diese kleine. Ne, bei uns gibt es auch mal ein kleines, sowas in der Richtung, da kann man mehr trinken davon. Und bei uns gibt es den großen Krug. Genau, bei jedem verschieden, richtig. Ne, aber da würde ich mich freuen, wenn wir da gemeinsam dann an einem Tisch sitzen und entsprechend anstoßen. Gut, so machen wir es. Dem Frederik sage ich jetzt mal schon herzlichen Dank. Ich weiß, er hat gesagt, ganz kurz, komm doch mit rein. Denn es wartet das Abendessen, glaube ich, gell? Richtig, genau. Was gibt es gut, darf man das noch erfahren? Das werde ich jetzt nicht verraten, weil das bleibt ja lange Zeit dann abspielbar. Nein, es gibt was Leckere. Alles klar. Dir ein schönes Wochenende und bis bald, lieber Frederik. Danke, danke. So, Frederik, den haben wir jetzt aus dem Programm. Jetzt muss ich bloß schauen, ganz kurz wieder umzwitschen. Da geht es mit dem Gary noch ein kleines bisschen weiter. Den haben wir jetzt hier, beziehungsweise mich. Und dann holen wir hier den Gary wieder dazu. Da ist er, sehr schön. Da sind wir wieder komplett. Ja, also, ich denke mal, das nächste Oktoberfest, dem kann nichts im Wege stehen. Wie sieht es bei euch jetzt aus? Was gibt es Neues? Habt ihr jetzt musikalisch euch mal eine CD nochmal rangewagt? Oder wie ist da der aktuelle Stand? Bei uns gibt es jede Menge Neues. Also, dass wir die neue Wiesenband im Marstall sind, das ist ja schon eine Zeit lang jetzt festgestanden. Es war noch nicht, natürlich dadurch, dass es jetzt zwei Jahre Pause war, das Ganze noch nicht so präsent. Aber man wird es jetzt immer mehr, natürlich wird das Thema jetzt immer mehr aufkommen. Und wie gesagt, wir freuen uns unglaublich, dass das geklappt hat. Erstens einmal, dass die Wiesen überhaupt wieder stattfindet. Und natürlich, dass wir mit dem königlich-bayerischen Vollgasorchester im Marstall die Abendband sein dürfen. Das erfüllt uns mit Freude und mit großem Stolz. Und wir werden alles geben, um wie immer Vollgas zu geben. Aber auch sonst tut sich einiges bei uns. Wir haben jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit bei Tel Amor einen Vertrag unterschrieben. Und da freuen wir uns auch sehr. Und haben auch unsere kommende, aktuelle Single bereits eingesungen. Das ist alles schon soweit erledigt. Jetzt wird noch ein Video gedreht, ein fettes. Und dann kommt das Ding dann raus. Natürlich wird im Anschluss daran auch eine Platte dann irgendwann ein Thema werden. Wir werden jetzt aber erst mal das Ding raushauen. Und das wird speziell. Es wird eine, wie soll ich sagen, eine musikalische Liebeserklärung ans Oktoberfest, an die Wiesen von uns. An die Wiesen. Ich darf noch nicht zu viel verraten, aber es ist ein sensationeller Titel, der ins Ohr geht, der im Kopf bleibt. Und wo man nichts anderes kann, als auf die Bänke zu gehen und zu tanzen und eine gute Laune zu haben. Weil es geht gar nicht anders. Und das Ding kommt jetzt dann bald raus. Und wir werden natürlich das auf sämtlichen Plattformen präsentieren. Dürfen auch das ein oder andere Mal im TV zu Gast sein. Und da freuen wir uns schon sehr drauf. Das klingt doch sehr gut. Also da drücke ich euch ganz fest die Daumen, dass das alles so wird. Und natürlich, dass euer Weg da so weitergeht, wie ihr es vorhabt. Jetzt müssen wir doch auch noch mal ganz kurz ein bisschen auf die Wiesen noch mal insofern eingehen. Natürlich, es wird gerade alles teurer. Das ohne Zweifel, das haben wir natürlich. Überall spürt man es im Supermarkt etc. Was denkst du, wie wird sich da auf der Wiesn der Trend einpendeln? Muss man dann bald rechnen damit, eine Maß vielleicht für 15, vielleicht auch 16, 17 Euro zu bezahlen? Also ich glaube es nicht. Ich hoffe, wie wir es heute auch schon gehört haben, dass alle dessen bewusst sind, dass das Fest auch diesen Volksfestcharakter behalten soll. Dass es wirklich ein Fest fürs Volk ist und bleibt. Und dass das Ganze in einem Bereich bleibt, der immer noch im halbwegs grünen Bereich ist. Ich glaube nicht, dass es so eine eklatante Preissteigerung geben wird. Ich meine, das Bier hat immer schon ein bisschen mehr gekostet im nächsten Jahr. Und trotzdem hat es immer noch gleich gut geschmeckt. Und das wird sich auch nicht ändern. Und das Händel wird auch gleich gut schmecken. Und ich glaube, dass das, es wird das spezielle Wiesn, wie der Fredrik auch schon gesagt hat, wenn es das erste Mal wieder ist, das wird vielleicht ein A-Tasten sein am Anfang. Aber es wird, alle werden es, man merkt es ja auch jetzt schon beim Frühlingsfest oder auch am Vasen, dass die Leute sich wirklich freuen und froh sind, dass endlich wieder mal eine Tracht anziehen dürfen und ein bisschen feiern dürfen. Genau. Weil es so wichtig ist, dass man das auch hat. Richtig. Also das Frühlingsfest, das zeigt ja schon, dass die Leute wieder feiern möchten und wieder raus möchten. Und jetzt dann zum Oktoberfest dann auch wieder mit Zelt. Ja, genau. Wunderbar. Und auch, wir merken es auch auf unserer Tour. Also wir sind jetzt eigentlich schon unterwegs seit letzter Woche. Und jetzt geht es durch bis Mitte November eigentlich fast. Und das ist ganz toll, weil man darf ja nicht vergessen, dass es das Vollgasorchester offiziell ja erst seit 2021 gibt. Und ich habe ja schon mal gesagt, das ist in einer Pandemiezeit eine neue Band zu gründen. Das ist halt ungefähr so, wie wenn man am Nordpol Kühlschränke verkaufen möchte. Das ist jetzt nicht die, da sagt man erst einmal, das ist jetzt nicht die Top-Geschäftsidee. Aber wir haben genau gewusst, was wir tun und dass das funktionieren wird. Und wir sind total glücklich, dass uns so viele Menschen das Vertrauen schenken zum einen und uns buchen oder wieder buchen. Und auch ganz viele neue Geschäftspartner und Kunden uns gefunden haben und mit uns zusammen was planen dieses Jahr. Da freuen wir uns ganz gewaltig. Und wir sind viel unterwegs. Wir sind überall unterwegs und man wird uns sehen und man wird uns hören. Und trotzdem, dass eigentlich noch ganz viele Veranstaltungen natürlich von letztem und vorletztem Jahr noch die Buchungen immer aufrechterhalten gehabt haben, wo es nichts zu holen gegeben hat natürlich. Trotzdem sind wir wahnsinnig zufrieden, weil wir schon jetzt weit über 50 Auftritte schon fixiert haben für dieses Jahr. Und da freuen wir uns sehr und ja, starten mit vollem Elan und mit Vollgas in die hoffentlich erste richtige Saison wieder. Prima. Wenn man jetzt noch ein bisschen mehr über das Vollgas-Orchester wissen möchte, wo seid ihr überall zu finden? Facebook, Instagram oder Homepage? Wir sind wie das falsche Geld. Uns gibt es überall natürlich auf unserer Webseite Vollgas-Orchester.de sind wir zu finden. Dann natürlich auch Facebook, Instagram, YouTube-Kanal haben wir. Also es gibt fast nichts, wo es uns nicht gibt. Und wir freuen uns auf alle Abonnenten und Besucher, die uns auf unseren Social-Media-Kanälen immer wieder besuchen. Wir versuchen auch immer wieder, die Leute über unsere News zu informieren und dass man weiß, was läuft. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren. Das gibt euch die einmalige Gelegenheit, immer wirklich on top zu sein und sofort zu wissen, wenn es was Neues gibt. Oder ihr könnt unserem Fan-Club, dem Königlich-Bayerischen Vollgas-Orchester-Fan-Club beitreten. Da würden wir uns auch sehr freuen. Das gibt es auf unserer Webseite, gibt es alle Informationen, die man so braucht. Und dann habt ihr vielleicht auch die Möglichkeit, so ein tolles Hoodie oder eines der anderen großartigen Fan-Items euch zu holen, was es bei uns gibt. Und da gibt es einiges. Auf alle Fälle. Schaut vorbei, ganz genau. Und dann heißt es dann hoffentlich wieder Ors, 2, 3. Und jetzt bist du dran. Super, Ors, genau. Das ist nicht nur auf der Wiesn, sondern natürlich auch sonst überall, wo wir spielen. Zum Beispiel morgen Abend sind wir am Start in Osnabrück. Wir wollen unbedingt zurück nach Osnabrück. Und deswegen haben wir das auch gemacht und sind morgen da. Im wunderbaren Alando-Club reisen wir da ganz gepflegt mal die Hütte ab. Und dann reisen wir quer durch die Republik. Wir sind von Nürnberg bis, also wirklich überall sind wir unterwegs. Bis in Schwarzwald, natürlich wieder in der Schweiz und in Österreich, in Holland. Also wir freuen uns auf alles, was kommt. Und es wird gewaltig. Und wir freuen uns natürlich auf unsere nagelneue Single, die dann schon ganz bald rauskommt, wo ich noch nichts verraten darf, wie sie heißt. Aber sie wird abgehen wie ein Zäpfchen. Alles klar, da freuen wir uns. Dir, wie gesagt, und deinen Kollegen alles Gute. Morgen dann einen tollen Auftritt. Tanz in den Mai ist er dann, genau. Richtig. Und apropos Tanz in den Mai. Wie ist es denn eigentlich bei euch in Bayern? Ich weiß es halt noch aus meiner Jugendzeit. Da hat man immer mal wieder ein bisschen Schabernack gemacht. Ist das bei euch in Bayern auch noch Brauch? Ja, ich gehe jetzt gleich wieder los und klaue, wie üblich, einen Maibaum. Jetzt steht er ja noch nicht. Ja, ja, aber die sind ja schon am Aufbauen. Okay. Die passen ja schon auf drauf und die passen ja auf wie die Heftlmacher, aber ich habe K.O.-Tropfen und alles dabei und dann lade ich den in meinen Kombi ein und dann poste ich es auf Facebook. Genau, so machst du es. Alles klar. Super. Okay. Dann dir alles Gute. Herzlichen Dank, dass du auch kurz dabei warst zum Oktoberfest. Ja, Anlass, dass es wieder stattfindet. Und ich denke mal, mit der Nachricht können wir jetzt ins Wochenende starten. Danke dir, liebe Frau Frank, für die Einladung und vielen Dank auch euch, liebe Zuseher von ProMeggeflüster, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, wir sehen uns ganz bald auf einem unserer Auftritte. Und wenn ihr mehr von uns wollt, dann kriegt ihr uns natürlich auf www.volgasorchester.de oder bei dem Fernsehen. Schaut es rein. Und natürlich bei ProMeggeflüster, ganz klar. Und dem Frederik schicken wir auch nochmal einen lieben Gruß hinterher und ihm auch natürlich alles Gute. Und wir sehen uns ja in seinem Laden, das hat er ja gesagt. Du schickst mir seine Nummer, wie wir ausgemacht haben, und dann melde ich mich bei ihm und dann sehen wir uns im Laden. Und dann machen wir einen Schlag. Okay, also herzlichen Dank fürs Zuschauen, ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Ausgabe. Servus. Servus.